Die Natur wieder aufzubauen und zu erhalten bzw. zu schützen ist mithilfe der Permakultur bzw. mit Permakulturprinzipien recht einfach, simpel und geht auch sehr schnell, also schneller als die meisten denken. Und der Vorteil dabei ist noch, dass ihr das auch vor Ort bei euch machen könnt, ohne irgendwie Abhängigkeiten von einem Staat zu haben oder von einem großen Konzern, sondern das könnt genau ihr machen und ich werde euch mit ein paar Tipps und Tricks da ein paar Impulse geben. Der Top-Tipp Nummer 1 ist Bäume und Heckenpflanzen und die beste Möglichkeit, um einen Baum zu pflanzen, wäre gestern gewesen. Die zweite beste Möglichkeit ist heute und jetzt kommen wir schon langsam in den März. Das heißt, dass es die optimale Pflanzzeitpunkt für Obstbäume zum Beispiel sind oder Bäume im Allgemeinen. Also dann kurz davor sind, ja, in den Wasserfluss bzw. darin kommen, dass sie austreiben und das Entscheidende eigentlich bei den Bäumen ist halt, die halten zum Beispiel den Wasserkreislauf bei euch in der Region. Da gibt es viele Projekte, die zum Beispiel mit Permakulturprinzipien Wüsten begrünt haben und das auch mit Hilfe von den Bäumen. Das ist natürlich alles, was man zum Beispiel in der Grundschule eigentlich hätte lernen sollen bzw. ich in der Schule gelernt habe, diesen Wasserkreislauf, also Bäume verdunsten, lassen halt ihr Wasser verdunsten. Da bilden sich halt regional Wolken, das regnet dann hier ab, also der ganz normale Wasserkreislauf. Und Bäume binden halt das Wasser auch in den Boden, weil sie halt den Boden sehr gut durchwurzeln und dadurch auch Humus bilden. Humus ist auch sehr gut, um Wasser auch zum Beispiel zu speichern und Humus unter anderem auch noch dafür ziemlich gut, um Kohlenstoff in den Boden halt auch zu binden. Und das machen halt auch die Bäume bzw. die helfen uns damit auch und die tun auch zum Beispiel die Erosion verhindern. Das Gute dabei ist, dass Bäume und andere Pflanzen natürlich das CO2 für ihre Photosynthese benötigen, also das heißt für Wachstum. Das heißt, sie entnehmen dann das CO2 aus unserer Umwelt, aus der Natur sozusagen und nutzen das auch fürs Wachstum. Und da kann zum Beispiel auch die Landwirtschaft, in dieser Monokollion mit der Äckerwirtschaft, könnten sie zum Beispiel Agroforst machen. Das heißt, dass ich alle 50 Meter immer eine Baumreihe zum Beispiel pflanze und dadurch düngt sich bzw. mulcht sich der Acker selber, weil das Laub, der immer runterfällt auf den Acker. Das heißt, ich habe immer mit einem größer werdenden Zeitpunkt immer ein selbstdüngendes Feld zum Beispiel, die durchwurzelnden Boden Erosion wird verhindert, wie schon vorhin erwähnt. Also von daher Bäume pflanzen und so schützen wir zum Beispiel die Natur bzw. leisten einen wesentlichen Beitrag dafür. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist den Humusaufbau. Bei uns in Europa bzw. wenn ich hier mal die Äcker so anschaue, da wird der Humus sozusagen verbrannt, weggeschwemmt oder einfach nur zerstört. Und wie ich auch vorhin bei den Bäumen erwähnt habe, Humus ist auch ein wertvoller Speicher für Kohlenstoff und fördert natürlich auch das Bodenleben, Mikroorganismen, Regenwürmer und alles Mögliche und fördert natürlich auch das Pflanzenwachstum, je besser der Boden ist. Von daher auch Humus aufbauen, Kompost ansetzen, mulchen. Ich tue zum Beispiel meine Beete immer bedeckt halten, mit Mulchmaterial oder immer begrünt, also begrünen oder bewachsen lassen. Und was man auch beim Humus machen kann bzw. beim Kompost natürlich auch Bokashi mitverwenden, weil der Vorteil von Bokashi ist, der das natürlich auch vorfermentiert bzw. vorverarbeitet, dass man dadurch auch gekochte Sachen mit reinwerfen kann, Knochen, Fleisch, alles Mögliche, was sozusagen gelebt hat, kannst du in den Bokashi vorfermentieren lassen, dann in deine Beete einarbeiten oder bzw. in Kompost reinwerfen. Da kommen auch dann keine Ratten oder ähnliches oder Aasfresser und plündern in Kompost, sondern das wird dann schön, ja, sozusagen umgesetzt bzw. verarbeitet und dadurch spart ihr euch noch wesentlichen Bestandteile an Biomüll oder allgemein an Küchenreste. Wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Garten habt oder ihr lebt in einer Stadt, schaut noch bei euch in der Umgebung nach einem Bauern oder sonst irgendjemandem, der anbaut. Füllt für ihn zum Beispiel diese Bokashi einmal oder sammelt in einem separaten Eimer eure Küchenreste und gibt dem dann nach einer Woche oder nach zwei Wochen oder je nachdem, macht halt einen Zeitpunkt aus, wenn er das zum Beispiel abholen kann und gibt ihm halt dieses organisches, das organische Material, was er zum Beispiel seine Beete oder seinen Acker mit einarbeiten kann. Oder was ihr auch machen könnt, ist zum Beispiel euch eine Wurmkiste anschaffen und da euer organisches Material dann mit reinsetzen und vielleicht dann die Erde jemandem schenken, verkaufen oder was weiß ich was, einfach, dass halt da durch eure organischen Materialien, die bei euch in der Küche anfallen, dass die einfach wieder in Erde umgesetzt werden. Zusätzlich sind wir wieder zurück zur Mischkultur und weg von der Monokultur. Also man kann sich ja mal die Felder da draußen, die konventionellen Felder in der Monokultur anschauen, der Monomais bei uns oder der Monogetreide oder Monokartoffeln, das ist eigentlich eine Katastrophe für den Boden, für das Bodenlebenwesen und auch für die Insekten, weil einfach aus dem Grund, wenn man zum Beispiel nur Mais anbaut, dann ist schon der Bauer bei den Mengen, die er zum Beispiel hat, der konventionelle Bauer mit den mehreren Hektar, ist er eigentlich gezwungen zu spritzen und muss da die Chemiekeule reinwerfen und dadurch sinkt natürlich auch die Artenvielfalt, die Insekten sterben dadurch, der Boden wird komplett ausgelaugt und das kann man halt mit einer Mischkultur ziemlich gut verhindern, weil man einfach mehrere Pflanzen hat. Je unterschiedlicher die Pflanze ist, je mehr die Blütenvielfalt ist, desto unterschiedliche Insekten kommen, weil die Insekten sich auf spezielle Pflanzen sozusagen spezialisieren. Da hat man eine schöne große Artenvielfalt und das heißt, wenn man sowas wie Schädlinge hat, also zum Beispiel Schnecken, gibt es Tigerschnegel oder Weinbergschnecken oder andere größere Tiere, Igelwürze auch ab und zu mal essen, Läuse, wenn man solche, ich nenne sie mal in Anführungszeichen Plage oder Ungleichgewicht, in einer Mischkultur kann man das dann nach mehreren Jahren in der Permakultur auch wieder ausgleichen, dass man dann mehrere Tierchen hat, Schlupfwespen bei Blattläusen oder Marienkäfer und so weiter und so fort und dann spart man sich einfach diese Chemiekeule, die Pflanzen wachsen auch gesünder, kräftiger und man hat auch nicht mehr so viel, ja, muss nicht so viel Zeit investieren, um seine Pflanzen auch zu schützen. Das heißt, dass er hier diese Mischkultur wieder mit einbringt, zumal die Pflanzen auch gegenseitig profitieren und dann auch nochmal besser wachsen. Und der andere Vorteil ist, wenn er zum Beispiel Wildblumenwiesen anlegt, was ich auch immer sehr empfehle für Insekten, weil halt unser Planet ein Insektenplanet ist. Ich glaube, es gibt mehr Insektenarten, als es Menschen auf der Welt gibt, also das ist enorm und die sterben halt momentan rasant, also das Artensterben von den Insekten oder das Bienensterben allgemein, Insekten- und Bienensterben, sage ich mal, das ist vielen gar nicht bewusst und wir haben da auch ein riesiges Problem, dass es halt immer weiter schrumpft und das kann man einfach entgehen, indem man halt nicht nur Insektenhotels baut, die es halt sozusagen zu Hause gibt, genauso wie bei Vogelnestkästen über die Hilmbord, sondern für die Vögel baut zum Beispiel, pflanzt Hecken an, pflanzt Bäume an, für die Bienen-Wildblumenwiesen zum Beispiel anlegen auf einer Magerwiese, damit halt auch zum Beispiel durch die erhöhten Insektenaufkommen die Vögel auch ein Futter haben, also dass man halt sozusagen wie hier in einem Kreislauf denkt, weil wir Menschen natürlich auch mit in einem Kreislauf dazugehören. Im Punkt um Müll sollten wir vielleicht mal auch unsere eigene Lebensweise mal ein bisschen überdenken mit den ganzen Plastikverpackungen, die wir zum Teil bei unseren Lebensmitteln und unseren Produkten haben oder allgemein die Verpackungen und wie viel Müll wir eigentlich auch produzieren. Ich denke mal, wir produzieren ja immer weiter und normalerweise bräuchte vielleicht ein Familienhaushalt, ein oder zwei Autos und ich kenne Familien, da hat jeder ein eigenes Auto, also Mutter, Vater, Kinder und alles Mögliche und auch Kühlschränke und Waschmaschinen und wir produzieren einfach nur noch weiter wie die Blöden. Und das sollte man vielleicht auch mal ein bisschen überdenken, weil ich, wo ich in Costa Rica war, ich auch eine kennengelernt habe aus Holland und die war in Guatemala und da hat sie halt von jemandem erfahren, beziehungsweise von einem Einheimischen, dass es in, ich glaube, ich weiß nicht, vor Jahrzehnten, ich glaube in den 50er, 60er Jahren oder noch früher, dass sie dort keine Müllwirtschaft kannten. Also die hatten einfach Produkte, zum Beispiel Zahnbürsten oder sowas, die waren immer aus Naturrohstoffen, das haben sie einfach dann in die Natur rausgeworfen und das hat sich dann einfach von alleine zersetzt. Die haben das einfach im Kopf und beziehungsweise haben sich da gar keine Gedanken gemacht, ob sie da irgendwie Müll produzieren oder nicht. Das haben sie einfach, wie gesagt, in die Natur geworfen und dann hat die Natur das alles erledigt und dann kamen halt die, ich nenne es, mehr Kapitalisten, Amerikaner halt und haben dann bei denen die Müllwirtschaft wie bei uns dann eingeführt mit der gelben Tonne, was wir zum Beispiel haben oder mit dem Biomüll und Plastikmüll, wie man das trennt, recycelt und alles Mögliche. Und dann ist dann auf einmal, das hat es da angefangen in solchen Ländern wie Guatemala, Mittelamerika, dass man dort Plastiktaschen und alles Mögliche damit eingeführt hat und dann ist dadurch diese Müllwirtschaft entstanden. Und das Interessante dabei ist, die Leute, die sind so, es gibt noch ältere Leute, die sind so dran gewöhnt, dass sie halt ihren Müll, sage ich mal in Anführungszeichen, einfach in die Natur rauswerfen, dass sie gar nicht realisieren, dass die Plastiktüten und so richtig lange benötigen, bis die da irgendwie zersetzt werden. Das haben die gar nicht mehr so im Schirm, weil die es halt einfach gewohnt beziehungsweise programmiert sind darauf, dass sie das einfach wegwerfen können. Und das ist vielleicht auch mal ein Denkanstoß für uns, dass wir vielleicht keine Verpackungen mehr haben. Es gibt ja keine Verpackungsläden, sage ich mal, wo man einfach da in seinen eigenen Behältern oder Kisten die Sachen einfach abfüllen kann. Momentan bekomme ich auch sehr viele Astrückschnitte von den Leuten hier, weil ich sie da auch umbeetet, dass sie mir zum Beispiel hierher mal einen Garten beziehungsweise eine Permakultur erbringen. Und das häckse ich dann einfach durch und murche damit meine Beete, einfach aus dem Grund, um dadurch Pilze beziehungsweise Pilzmycele oder Mykorrhiza-Pilze in meinem Fall mit anzusiedeln. Und man sollte sich auch viel mehr mit den Pilzen beschäftigen, nicht nur zum Essen oder für manche nutzen sie auch zu irgendwelchen Heilungen von irgendwelchen Leiden, sondern sich einfach mal beschäftigen, was Pilze eigentlich auch alles können. Die sind einfach auch für die Zersetzung mit da. Und das ist einfach ein Wunder, sage ich mal. Die können wirklich hier bei uns den Planeten wieder reinmachen beziehungsweise den ganzen Müll, den wir produzieren, auch Plastik, Erdölprodukte und sowas, Radioaktivität können die auch neutralisieren, zersetzen. Mit ihren speziellen Enzymen. Also es gibt halt Pilze, die haben spezielle Enzyme und die können dann spezielle Stoffe zum Beispiel zersetzen. Also zum Beispiel gibt es Pilze, die halt Plastik zersetzen können oder es gibt ja Pilze, die halt auch zum Beispiel eine Straße, Thea zersetzen können. Und da empfehle ich zum Beispiel mal Paul Stamets sich mal anzuschauen, die Videos oder beziehungsweise auch das Buch zu lesen, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Oder der Patrick von Rohvegan an Limit, der hat auch mal ein schönes Video dazu gemacht, wie halt Pilze diese Fähigkeit auch besitzen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, mal sich anzuschauen, sich das auch mal auf sich wirken zu lassen und mal gucken, wie man Pilze bei sich allgemein erstmal im Kleinen anfängt, bei sich im Garten mit einbringt und dann die auch weiter sich verbreiten lässt. Weil wir gerade bei den ganzen Monokulturen sind, die ja auch zum Teil mit einem gewissen Luxus mit einhergehen, beziehungsweise einen Luxus denken von uns haben. Das meine ich einfach in dem Zusammenhang, weil ich ja zum Beispiel in Costa Rica war und da war ich auch zum Teil auf einer Farm, die auch Kaffee angebaut hat und der Kaffee wurde einfach nur katastrophal angebaut, der wurde nicht bio angebaut. Das war wirklich dann so, wo der Boden karg und ausgelockt war und die Kaffeepflanzen einfach mitten in der Sonne stehen, obwohl die mehr Schattenplatz mögen, damit die ja nicht so viel Stress haben. Das Gleiche geht auch für Schokolade und haben dann riesige Felder von Kaffee und Schokolade angebaut und der ganze Prozess, weil ich auch von der Permakultur Kaffeefarben auch war, der ganze Prozess von dem Kaffee herzustellen ist enorm und man nutzt von dieser Kaffeebohne, von der rohen, ungefähr 5 bis 10 Prozent dann. Das ist dann der Kaffee, den wir dann bei uns im Supermarkt haben und Kaffee ist ja sowieso so ein Luxusgut jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt hier so ein Beispiel, wenn man halt das in großen Mengen anbaut und nicht so eine Permakultur oder vielleicht für einen eigenen Bedarf und nicht so kommerziell zum Beispiel anbaut. Gleiche natürlich jetzt etwas krasser, die Massentierhaltung, auch von Fleisch, Milch und alles Mögliche, natürlich auch wieder mit der Mentalität so günstig wie möglich halt auch haben. Dann Maismonokultur, Getreidemonokultur, Kartoffelmonokultur, also einfach alles so auf Massen anbauen und so billig wie möglich halt, dass man sich da mal ein bisschen drauf wieder zurückgesinnt, vielleicht auch mal ein bisschen weniger ist oder auf etwas verzichtet und sich vielleicht auch mal mit den ganzen Sachen beschäftigen. Was wird denn eigentlich da auf den ganzen Feldern mit ausgebracht für Pestizide, Fungizide und was weiß ich auch noch was. Auch bei der Massentierhaltung, in welchen Bedingungen die Tiere leben, möchte ich mir wirklich so ein leidzerfressenes Fleischstück von einem Tier zuführen, möchte ich das unbedingt. Wie schaut es mit dem Wasserverbrauch aus und natürlich auch mit der Gülle. Die Gülle ist auch ein wesentliches Problem bei uns wegen der Wasserverseuchung und da ist zum Beispiel das Problem, habe ich ein Video angeschaut, dass halt die Nachweise, also diese Gülle, die wird erst 40 Jahre glaube ich ungefähr in unserem Grundwasser nachprüfbar sein. Das heißt, wenn man jetzt unser Grundwasser auf zum Beispiel diese Güllereste überprüfen würde, würde man diese Mengen bekommen, die man vor 40 Jahren auf die Felder mit reingebracht. Scheiße, leck mir was! Hat und das ist halt unbeschreiblich und das sollte natürlich auch mit aufhören, weil wir damit einfach unser Grundwasser verseuchen und die meisten trinken es dann noch und werden dann nochmal zusätzlich krank. Und weil wir ja gerade bei Fäkalien sind, die Toilette ist auch ein, ja ich nenne es mal, ich habe ja ein Interview mit dem Daniel darüber mal gemacht, von den Gewaltgeistern hat sie halt Untergang des Abendslandes genannt. Spültoilette ist wirklich eine Katastrophe, weil wir halt unseren Kot und unseren Urin vermischen. Dadurch entsteht zum Beispiel Ammoniak, ist auch giftig und dann entsteht ja auch diese Gülle mit dem ganzen Klärschirm, der wird ja auch wieder auf die Äcker mit rausgebracht. Und das andere Problem ist halt, da in unserem Kot und unserem Urin, das kannst du sozusagen auch als Dünger wieder in den Garten mit einbringen, beim Kot natürlich auch wieder auf einem separaten Kompost für ein, zwei Jahre oder drei Jahre liegen lassen. Dann kann man den wieder bei sich wieder in den Garten mit einbringen und wird vielleicht für den einen oder anderen ziemlich eklig sein, aber das ist halt einfach diese Kompost-Trenntoilette, dass man die halt auch nutzt, damit man halt diesen Kreislauf bei sich lässt, bei sich in einem Garten, auch die Nährstoffe und alles mögliche, das ganze Leben bei sich im Garten lässt und dadurch nochmal Wasser spart, diese Katastrophe von der Gülle sozusagen oder vom Klärschlamm vermeidet und die Pflanzen sozusagen nochmal einen zusätzlichen Wachstumsschub von euch sozusagen bekommen, weil der Mensch einfach mit zu diesem Kreislauf gehört und nicht aus diesem Kreislauf ausbrechen kann. Wir sind ein Teil dieser Natur. Auch ein wichtiger Punkt ist natürlich der eigene Obst- und Gemüseanbau, wie ich jetzt zum Beispiel hier bei meinem Permakulturprojekt mache. Streuobstwiesen zum Beispiel anlegen, also in der Gemeinde gibt es immer wieder mal freie Flächen, wo man mal nachfragen kann, ob man vielleicht dort der Gemeinde Bäume spendiert, habe ich zum Beispiel auch gemacht, dass man da vielleicht eine Streuobstwiese anlegen kann und sich darum pflegt, damit halt die Leute auch vor Ort sich an dieser Streuobstwiese dann bedienen können. Das hat einfach den Vorteil, dass die Leute dann nicht mehr in den Supermarkt gehen, dadurch halt diese ewigslangen Transportwege vermieden werden, beziehungsweise dass es auch zurückgeht, dass man das dann sozusagen toleriert. Natürlich in unserer freien Marktwirtschaft herrschen natürlich Angebot und Nachfrage. Je weniger die Nachfrage daran ist, desto weniger werden ja auch die Transportwege dafür benutzt und für Infrastruktur wird dann auch weniger vielleicht auch Straßen gebaut und so weiter. Da kann man ja das Gedankenspiel noch weiter ausdehnen, sage ich mal. Aber da einfach der Vorteil ist, dass man halt regional und vor Ort bei sich so viel wie es geht anbaut, damit die Leute dann auch in einer Gemeinde sich kostenlos zu sagen, Obst und Gemüse einfach holen können. Es tut natürlich jedem, was gut ist. Es ist natürlich gesund. Die Kinder können dann auch noch mal ein bisschen Spaß haben, wenn sie da etwas ernten. Und natürlich, das ist dann alles chemiefrei, pestizidfrei und schont natürlich dann auch wieder die Natur beziehungsweise auch die Lebewesen in der Natur. Und es schafft natürlich auch wieder neue Lebensräume für Insekten, für Bienen und für Vögel. Also von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Garten anzulegen oder euer eigenes Obst und Gemüse anzubauen, fangt auch jetzt schon damit an. Es wird sich auch lohnen, egal wie klein euer Schritt am Anfang ist. Do it! Jetzt noch ein Geheimtipp von mir. Viele, die zum Beispiel diesen Kanal verfolgen, wissen, dass ich ein pflanzlicher Rohköstler bin. Das heißt, ich esse halt nur Obst und Gemüse roh. Und das ist halt jetzt auch so 70% überwiegend von Obst. Und ich habe auch schon sehr lange Fastenzeiten hinter mir. Und werde ich euch auch oben in der Videobeschreibung auch zum Beispiel verlinken. Habe ich ja mein letztes Video, 30 Tage, meine Erfahrung vom Saftfasten zum Beispiel auch mitgeteilt. Und das Interessante dabei ist halt, seitdem ich halt vegane Rohköstler bin, ich brauche halt immer weniger Essen. Also es wird halt immer weniger. Und ich habe trotzdem halt mehr Energie. Das ist halt zum Beispiel der eine Punkt. Und das andere ist halt, dass ich durch mein Ess- bzw. durch mein Essverhalten, sage ich mal, immer weniger auf Sachen zurückgreifen muss, die sehr aufwendig sind in der Produktion. Also zum Beispiel Fleischproduktion oder Tiere halt großziehen, die brauchen ja auch ein gewisses Futter. Bei der Massentierhaltung ist ja natürlich auch Soja zum Beispiel mit dabei. Also der meiste Soja, der angebaut wird, geht ja zum Beispiel in die Massentierhaltung. Dafür werden zum Beispiel Regenwälder wieder mit abgeholzt. Das geht zum Beispiel weg, weil ich halt mich nicht um Tiere kümmere, beziehungsweise weil ich sie ja auch nicht großziehen möchte zum Essen. Das gleiche gilt auch für Eier, das heißt, ich muss für die nicht extra anbauen. Getreideanbau, Fett zum Beispiel auch flach für Mehl. Das ist auch sehr aufwendig und braucht man auch eine große Fläche. Oder Kartoffeln anbau, Kartoffeln esse ich auch nicht als Beispiel halt. Und das kann man halt ein bisschen weiter rausziehen. Das heißt, alles was recht aufwendig ist in der Herstellung, esse ich sozusagen nicht. Spare mir sozusagen diese Fläche ein. Und interessant ist halt zum Beispiel, dass auch Arnold Ehret in seinem Buch halt beschreibt, dass, wenn die Leute sehr rein sind von ihrem Körper her und nicht mehr so viel Essen brauchen, dann reicht auch, reichen eigentlich nur ein paar, ja, bisschen Obst am Tag. Das würden dann einige Obstbäume im Jahr schon ziemlich gut regeln für die Familie. Und dann sagt er, da müsste man nicht mehr so viel anbauen, könnte man sozusagen einen Obstwald oder sowas einfach anbauen und die Leute hatten dann gar keine Probleme mit dem Essen. Und das ist halt zum Beispiel für mich so, ja, meine Vision, wo es halt hingehen soll, dass man halt zum Beispiel wieder so Wälder anbaut, wo das halt Obst und Gemüse einfach wild wächst, wo man sich einfach wieder so bedienen kann und man im Allgemeinen sowieso nicht mehr so viel Essen braucht, nicht mehr so viel verarbeiten muss und ja, so große Flächen einfach für den Obst und Gemüseanbau zum Beispiel benötigt. Also von daher, ja, kann ich ja nur jedem empfehlen, dass er sich vielleicht mal mit der schleimfreien Heilkost von Arnold Ehret mal mit auseinandersetzt, mit der veganen Rohkost, sich da auch einfach informiert. Habt ihr auch schon einige Videos dazu gemacht. Das Video soll für euch einfach nur ein Impuls sein, welche Möglichkeiten ihr zum Beispiel auch bei euch im kleinen Rahmen habt, um die Natur zu schützen. Ich finde diese Möglichkeiten auch um einiges effektiver, als die momentane Politik es halt macht, wie sie die Natur schützen möchte. Kann man sich einfach mal anschauen, was die Gemeinden jetzt momentan machen. Zum Beispiel auch bei mir sehe ich immer so vermehrt Sachen, die mir jetzt nicht so gut gefallen, wie einfach Bäume wahlweise irgendwo weg abholzen. Solche Sachen kann man sich einfach bei sich in der Umgebung mal, beziehungsweise bei der Politik einfach mal so ein bisschen umschauen, was da für Sachen zum Teil auch gemacht werden, ob das jetzt wirklich der Natur hilft oder nicht. Müsste eine lustige Steinigung werden. Kann jeder selbst sein Bild draus machen, beziehungsweise seine Meinung bilden. Kann man sich auch mal ruhig mit den Sachen beschäftigen und informieren. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne kann ich den Kanal kostenlos abonnieren. Wenn der Leute noch auf die Glocke drückt, dann wird dir überwiebelnachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr zum Beispiel noch weitere Möglichkeiten habt, wie man einen Beitrag leisten kann, um die Natur zu schützen. Würde mich auch sehr freuen. Und sonst gerne auch dieses Video an Klimaschützer, Klimaaktivisten, Freunden, Bekannten und Familie teilen und verbreiten. Ist immer gerne gesehen und natürlich auch erlaubt. Und sonst findet ihr weitere Unterstützung Möglichkeiten für mich und mein Projekt unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.